Wünsch dir was, dann kriegst du das. Nur bei Hitradio FFH. Ich habe hier etwas sehr heiß begehrtes, was aber gerade extrem schwer zu kriegen ist. Und zwar eine niegelnagelneue Playstation 5. Gewünscht hat sich der Jonas Becker aus Waldsolms. Der ist gerade in der Schule hinter mir in Butzbach, da macht er eine Weiterbildung. Aber ich bringe ihm jetzt erstmal seine Playstation vorbei und ich würde sagen, auf geht's! Jonas macht das ganz vorsichtig, dass nichts zerreißt, sondern ganz sorgfältig die Bänder aufmachen. Jetzt ist die unglaublich schwer zu kriegen, diese Playstation. Seit einem Jahr oder ich glaube schon länger ist sie auf dem Markt. Was hast du denn alles versucht, um an die ranzukommen? Mehrere Stunden damit verbracht zu suchen, ob es doch nur irgendwo eine gibt, Angebote durchgestöbert, irgendwo geschaut, ob da noch einer vorrätig ist oder wie das reinkommt und sowas. Aber es war hoffnungslos. Wünsch dir was, dann kriegst du das. Nur bei Hitradio FFH.